Es wird Zeit, den Bosskampf gegen Laschakv zu erstellen. In dem werdet ihr in verschiedenen Sportarten gegen ihn antreten. Ah, Völkerball. Schön, das ist mein Lieblingsspiel. Also hab ich es erstmal so programmiert, dass ihr den Völkerball fangen und viel zu doll werfen könnt. Das hab ich noch mit dem Trail Renderer verschönert und am Ende hat nur noch ein Pfeil gefehlt, damit ihr auch ziehen könnt.